Tonnen, Tonnen, Jungo. Oh, ich hab im Allpack gegeben. Ich hab im Allpack gegeben. Jindo Berek, meine Freunde, was geht ab? Heute neues Video zu meiner jetzigen Lieblingsklasse. Und zwar ist es die OTS mit der K98 zusammen. Also mit diesem Klasse-Setup bin ich durch die Lobbys marschiert wie kein anderer. Zurzeit für mich meine eigene Meta, sagen wir es so. Das ist zurzeit meine eigene Meta. Die Klasse macht mir super übertrieben viel Spaß. Und glaubt mir, ihr werdet auch damit Spaß haben. Also bleib bis zum Ende dran, weil da zeig ich euch das Klasse-Setup. Und viel Spaß mit diesen Highlights. Zucker-Highlights, glaub ich. Die sind genau über mir. Also mittlere Etage. Ein Knock. Boah, ich hab ihn gefickt, Digga. Ich hab ihn gefickt, Digga. Wooh, Baby. Nice, Mann. Knock. Noch einen Knock. Ich habe ihn gesnipet. Warte, Effer, warte, Levy. Verliegen, Effer. Er ist nicht tot, der Keeper. Nochmal Nock, Digga, ich habe ihn so gebumst. Hier sind so viele im Haus, ne? Oh Mann, get out of here, allah. Oh Junge, Maschine Digga, ich werde besser und besser. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich hab ihn wohl weggegeben. 4-2-3-3-4-4-4-4-5. Oh das wird so gut. Unter mir Digga. WTF Bro? Er ist runter gesprungen von dort. Mit Pumpe Junge. ich bin gefickt bruder ich will auf alles oder kein spaß mit mir ich blende ich blende und dann können wir reinlassen hab ihn oh mein gott digga was ein blende jungs ich klär das lasst zusammenspielen wieder jungs stark da kurz dein leben auseinandergenommen so meine freunde kommen wir zum klassen set up wie spiele ich meine lieblingsklasse zurzeit und zwar spiele ich meine sniper mit dem schalldämpfer monolith den lauf zock ich den letzten taktischen laser auf variabend zum zock ich da drauf wo haben wir das hier letztes und den zweiten schafft also so zock ich meine sniper im warzone und die ots wenn ich euch jetzt ein screenshot ein und ja ich hoffe das video hat sich gefallen lasst ein like da wie immer lasst ein abo da kurz kurz dank für die watch time in letzter zeit die watch time steigt die aufrufe steigen ich freue mich auf jeden fall dass es euch gefehlt alle wieder ja 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 wir